Ja und so und so? Guck, wenn wir acht Tage spielen können, dann kann ich auch zwischendurch noch mal einen Cut machen, oder? Dann nehme ich nicht alles an einem Stück auf, sondern an zwei Stück und schneide es dann. Oder so. Na los, die Tische sind frei. Sehr gut. Ich muss sagen, die Demo gefällt mir schon mal sehr viel besser als die von Sunset Motel. Guck mal, wie groß wir unser Gelände, wie wir unser Gelände noch vergrößern können. Wir haben auch am PC gesehen. Anscheinend kann man ja irgendwann ja Leute einstellen und so. Huch. Wenn man da drauf drückt, öffnet sich irgendein Browserfenster. Ich hab kein Katzenfutter mehr. Okay, aber das waren die letzten Kunden. Zum Glück. Viel Geld verdient haben wir jetzt nicht. Ähm, hier ist das Katzenklo nicht da in der Ecke. Aber muss ich jeden Tag eine Katze mitnehmen? Muss ich nicht. Ich will mich erstmal um die kümmern, die wir hier haben. Ich komm mit zweimal Chickencan besser als mit einmal Fischcan. Ähm, was wollen wir morgen fangen? Wir können auch mal Saft oder so machen. Dann hol ich jetzt ganz viel Fruit, weil Water. Wasser haben wir ja. Geht davon aus, sie meinen Fruit Juice. Oder? Oh. Aber eigentlich alles positiv. Gibt mir hier am Anfang, aber ansonsten gute Bewertung. Ähm, wo ist denn... Guck mal. Du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Ich geh schlafen. Jetzt zählen wir die zwei Katzen. Oh, ich hab schon wieder was. Da hätte ich doch jetzt auch... auch mehr hier kaufen müssen, oder? Braucht jede Katze... Also, im echten Leben weiß ich. Es wäre gut, wenn man mehrere Katzen hat, dass man auch eigentlich mindestens die Anzahl an Katzenklos hat. Plus eins. Brauche ich das hier auch für alle? Braucht jede Katze ihr eigenes Tor? Und dann... Oder... Ne disappointing. Und dann geht es weiter. Okay, wir haben jetzt drei Katzen. Ist hier irgendwas drin? Also, wir haben jetzt... Ich habe keine Milch gekauft. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ja, gut, dann nehmen wir halt... Lassen wir die Kokosmilch drin. Die gibt gut Geld. Warte mal, und du willst... Wo ist Cutie jetzt? Kokosmilch und Ginger. Okay. Jetzt können wir richtig Geld machen. Jetzt können wir unsere Katzen hier verkaufen. Äh... Das ist übrigens ein komischer Name. American Shorthair White. So. Ist ja nicht für eine Tafel, wenn wir draußen unsere Karte aufhängen. Kann ich die irgendwie liebhaben? Die ist nur am Fressen. Kommen Sie rein, es ist Platz. Das Thema warten, wenn noch Geld liegt. Dann können wir heute Abend ja wieder auf Jagd gehen. Holen wir uns noch eine Katze wieder zum Zähmen. Ja, und wir müssen die Katzen ja auch versorgen können, ne? Wenn wir zu viele Katzen haben. Achso, du willst... Ginger. Miau. Ich möchte dich streicheln. Katzen gucken immer ganz entsetzt, wenn ich die hochhebe. Verständlicherweise. Warum miaut die? Kann aber mit ihr nichts machen. Hab ich überhaupt noch... Oh. Und... Guck mal, da darfst du. Kann man ein Spielzeug für die Katzen kaufen? Ich hoffe, ich habe hier ein bisschen Spielzeug. Dann nicht. Vielleicht in der Vollversion dann, beziehungsweise es kommt ja als Early Access raus. Es gibt übrigens, soweit ich das gesehen habe, noch kein Datum. Wann das Spiel erscheint. Ich nehme das ja wieder ein bisschen im Voraus auf. Vielleicht gibt es zu dem Zeitpunkt, wo ich das online stelle, dann schon ein Datum für das Spiel. Aber aktuell, jetzt hier, gerade in diesem Moment, gibt es auch kein Datum, kein Veröffentlichungsdatum. Nee, das ist doch nicht Ginger. Das ist Ginger. Das ist Ginger. Nee, das ist doch nicht Ginger. Das ist Ginger. Ja, muss jetzt warten. Was macht die Katze? Die rutscht einfach. Verstopfte Analdrüsen, glaube ich. Ich weiß, was noch nicht. Warn mal, wie viel Geld ich habe. Aber ich muss nicht viel kaufen gleich. und die weiße aus Versehen die Katze hochgehoben in Wasser ich bin aber froh, dass ich jetzt nicht noch das Geschirr abwaschen muss und sowas alles oh, aber ich könnte warte war das jetzt richtig? ja, oder? die hat gleich die Katzen vergessen der Smiley immer bei den Gästen die hier reinkommen so, er möchte sie klingt auch super falsch und so möchte es eigentlich auch die weiße Katze ja, muss kurz warten aber kannst gleich haben der Herr ist gleich fertig ich wollte nicht den Staubsauger geben so okay, mit ein bisschen mehr Katzen hat man auch ein bisschen mehr zu tun das ist schön da wartet man nicht so unendlich lang auf die Gäste sondern es ist gut beschäftigt sieh mal irgendwie mit den Haaren sieht aus, als ob ich irgendwie so ein YouTube-Beutel auf dem Rücken hab so das ist gut so 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 Ach so, warte mal. Nee, warte. Warte, Sven. Gut. Okay. Okay, ein Gast kommt bestimmt noch, aber ich glaube, das ist dann auch der letzte. Nee, kommen noch mehr. Okay. Okay, du möchtest... Äh, nee, warte mal. Sie? Ja, er muss mal. Wir müssen beide... Wir müssen auch noch ein neues... Wir holen auch noch mehr Katzenplos. Fassend zur Anzahl an Katzen, die wir dann bald haben. Oder die wir jetzt schon haben. Und... Ginger. Und... Ich muss die Katzen mal umbenennen. Blacky, Whitey, Gray. Warum leuchtet das um den Herrn so? Hier ein gast noch oder sonst wäre doch jetzt hier schon die anzeige anzeige raus Wasser Okay Das war ein sehr erfolgreicher Tag Guck gleich mal, ob ich die Katzen umbenennen kann Beziehungsweise, was heißt gleich? Ich würde sagen Ich mache jetzt an der Stelle mal einen Cut Wir sehen uns aber morgen wieder mit dieser Demo Aber dann ist meine Datei zum Schnitt jetzt nicht zu groß Ähm, genau Danke fürs Zuschauen Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder Wenn es weitergeht mit Catfee Time Ähm, ja Schönen Tag, bis morgen, bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020